Musik 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 Bochs Ah, der feine Herr Pakica Um 2 Minuten nach 10 Ich verstehe Du bist noch in die Schießerei geraten, oder was? Ja Musik Hallo Ich bin Darius Ich bin 14 Jahre alt Ich gehe in die 9. Klasse Ich mache mein Praktikum hier in der MUFA Schaut mal rein, wie es hier so aussieht Musik Musik Ich mache mein Praktikum hier, um mehr über den Beruf des Musiklehrers zu erfahren Musik Nachmittags konnte ich mir Unterricht angucken Musik Musik Okay, das läuft! Musik Meine Hauptaufgabe besteht darin, Videomateriale über die MUFA zu sammeln Musik Außerdem bekam ich die Hauptrolle in diesem Film Morgens musste ich dem Büro mithelfen Musik Für die neue Bigband musste ich Noten kopieren Musik Musik Wie, die Notenküsse sind nicht mitkopiert Ich glaube, du musst den ganzen Stapel nur von vorne scannen Musik Jetzt habe ich Pause Ich durfte ein bisschen für mich üben Musik 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 Insgesamt habe ich einen Einblick in den Beruf eines Musiklehrers bekommen Musik Auch wie eine Musikschule funktioniert Musik Mir gefällt die Atmosphäre und die Leute hier sind nett Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.